Ich bin Markus Gestöl, 42 Jahre alt, glücklich verheiratet mit Patricia, Vater von drei Kindern. Ich arbeite als Lebensmittelinspektor beim Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen. Durch meine Kandidatur möchte ich mich für den Mittelstand einsetzen. Im Beruf, aber auch privat, werde ich von vielen Leuten angesprochen, was nicht so gut läuft und was man besser machen könnte. Diese Anregungen möchte ich im Landtag würdig vertreten. Am Herzen legen wir Senioren, Familien und die Sicherung und Wohlstand für die nächsten Generationen. Wir müssen jetzt gemeinsam im Team die Weiche für unser Land stellen.